Dieser Vorfall ist schlimmer als der Visagistenfall von Baerbock. Die zahlreichen Flugzeuge, die man nutzt vom Staat, ohne dabei an die Umwelt zu denken von den Grünen. Und jetzt kommt der nächste 4-Millionen-Euro-Hammer. Warum diese grüne Senatoren nicht nur planlos ist, sondern massiv Steuergelder vernichtet. Es geht wie gesagt um 4 Millionen, wie die zustande kommen, warum Baerbock hier selbst schockiert ist. Aber auch schon natürlich, wie ihre anderen grünen Freunde die Bürokratie sozusagen als Schuldigen sucht. Und warum das leider nicht so die richtige Wahrheit ist, das erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Teil dieses Video auch, denn es ist ein perfektes Werbekampagnen-Video, damit die Grünen nicht mehr an die Macht kommen. Und dann stell dir mal vor, die Grünen kommen nochmal als nächstes an die Macht. Denkst du, die Grünen werden gewählt? Vor allen Dingen, was denkst du über Baerbock, über einen Herr Habeck? Schreib es gerne in die Kommentare. Und wir starten direkt rein. Es ist tatsächlich unfassbar. Hamburg lacht über diese Frau. Es ist Anna Galina, 40 Jahre ist sie alt. Grüne Parteivorsitzende bzw. Senatorin. Und die steht jetzt in heftiger Kritik. Die Bild-Zeitung hat das Ganze hier tatsächlich aufgedeckt. Und man muss es dazu sagen, hier ist tatsächlich mal wieder der Fall. Wir haben drei Höhepunkte bei diesem Artikel. Also der erste, das sind diese 4 Millionen. Dann wird das nächste Aha-Erlebnis kommen, wo du dir denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, wenn man denkt, es war schon, dann kommt nochmal das dritte Erlebnis. Nach dem Motto, also jetzt gebe ich auf, die Grünen gehören in die Tonne. Wir starten direkt rein. Ein typisches Beispiel dafür, wie man eben aus einer gut gemeinten Aktion leider einen gewaltigen Schaden in Millionenhöhe für die deutschen Steuerzahler dort vor Ort verrichtet. Es geht um 392.000 Euro. Das ist nämlich eine Mietzahlung. Und diese Miete, muss man dazu sagen, ist eine Nutzungsausfallentschädigung. Und zwar wird die für ein Gebäude gezahlt. Und jetzt kommt der erste Hammer, ich habe es ja versprochen, dass seit September 2022 nicht mehr genutzt wird. Jetzt kann man ja fragen, was steckt erstmal dahinter? Dieses Gebäude soll zu klein gewesen sein. Es soll nicht mehr korrekt gewesen sein. Nein, anscheinend hat es denen einfach nicht gefallen. Man weiß es nicht. Diese ganzen Gründe sind natürlich immer sehr zahlreich, aber auch sehr intransparent. Also, man kann davon ausgehen, so würden böse Zungen behaupten, das hat ihnen einfach nicht gefallen. Sie wollen was Größeres haben. Und das muss man sich jetzt gleich für den späteren Verlauf dieses Videos merken. Es wird nämlich noch extrem lustig. Schreib mir auch gerne deine Meinung in die Kommentare, ob das gerechtfertigt ist, für ein Gebäude 392.000 Euro an Miete auszugeben. Also, auch dort wünschte ich mir, dass da mal nachgeprüft wird, ob das wirklich auch eine faire Miete ist. Auch da gibt es ja schon gerichtliche Urteile, dass das nicht immer so der Fall sein könnte. Übrigens, wenn dich solche Skandale interessieren, dann kannst du gerne oben mal eingeben, Erfolgskanal Baerbock. Und dann kommst du auch zu dem Visagisten-Skandal, wie viel sie für ihre Visagistin ausgibt. Und natürlich auch ein Herr Habeck, wie viel die alle schon an Steuergelder verbrannt haben. Das ist wirklich unfassbar. Und deswegen starten wir jetzt hier weiter. Es sind also schon knapp 4 Millionen Euro an Sinnloszahlung aufgelaufen. Und das Ganze aufgrund eines CDU-Mitglieds, der eine Anfrage gestartet hat. Erstmal großen Respekt, Richard Seelmecker. Ich habe ihn nicht gekannt. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du ihn kennst. Aber jetzt ist natürlich auch das Interessante. Denn worum geht es denn hier eigentlich? Wie konnte es denn so weit kommen? Galina will, dass sämtliche Dienststellen der Hamburger Staatsanwaltschaft in einem zentralen Gebäude an der Ludwig-Erhard-Straße im sogenannten Michaelis-Quartier konzentriert werden. Vielleicht, weil es dann eben stadtnäher ist oder weil sie dann eben dort besser essen können. Was weiß ich. Es ist tatsächlich hier nicht wirklich klar, warum das Ganze so geschehen soll. Denn an sich eine gute Idee, nur das angemietete Gebäude ist noch immer nicht bezugsfertig. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Ausflüchte. Und wer jetzt denkt, ja das kann doch sein. Das sind doch wirklich die Gründe. Der sollte jetzt bis zum Ende dranbleiben. Denn der wahre Grund, warum das Ganze eine Skandalsituation ist und selbst Frau Baerbock schockiert ist, das werden wir uns gleich ansehen. Und zwar wird die Pandemie natürlich hier genommen. Baustoffmängel, Inflation, ist ja alles so teurer geworden. Das sind übrigens auch Politiker, die uns das weismachen wollen, die jetzt 3000 Euro Prämienausgleich bekommen. Inflationsausgleich. Also auch da gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Olaf Scholz hat sich ja schon im letzten Video, haben wir es ja gesagt, so richtig vollmundig beim Maischberger war das hingestellt. Hat gesagt, ich verzichte da drauf. Und dann haben wir erstmal gezeigt, wie sich die Scholzes da draußen die Diäten erhöht haben. Also dementsprechend ist doch wieder alles im Lot. Solange Geld fließt, passt das. So, und jetzt heißt es hier, denn Staatsanwälte brauchen Sicherheit, weil sie mit heiklen Akten umgehen. Aber es blieb unklar, wer eigentlich für das Sicherheitskonzept verantwortlich ist. Das sei alles sehr komplex. Es heißt, heißt es aus den Justizbehörden. Also ich sag mal so, da geht es um sensible Akten und das kann man ja durchaus verstehen. Aber sie sind ja nicht die einzigen, die Grünen, die bis jetzt ein Gebäude mit sensiblen Dokumenten ausgestattet, irgendwo mieten oder errichten oder ein Sicherheitskonzept erarbeiten. Also ganz ehrlich, wenn eine Herr Habeck für einen Justizberater 2 Millionen Euro an Gehalt bezahlen kann, dann werden die doch wohl in der Lage sein, dort einen Sicherheitsbeauftragten zu finden, der eben das Ganze hier abstimmen kann. Aber nein, es kommt noch heftiger. Ich kann dir jetzt schon sagen, jetzt kommt der Oberhammer. Denn es gebe jetzt einen Wechsel des Projektteams und Abstimmung mit der Vermieterin. Mit anderen Worten, noch ist da nichts im trockenen Tüchern. Oder mit meinen Worten, noch haben wir da überhaupt keine Lösung und einfach nur Steuergeldverbrennung. Und wer jetzt denkt, ja, also die Geschichte, die Story, die kann ja jetzt eigentlich nicht getoppt werden. Eine komplett unfähige Sache, anscheinend das ehemalige Projektteam, eine Vollkatastrophe, waren wahrscheinlich auch nur grüne Politiker mit drin. Man weiß es nicht, ich will auch keinem zu nahe treten, da haben wir die Details nicht. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem und das erinnert mich sowas von an das Heizungsgesetz von Habeck. Nicht nur die Umsetzung ist ein Problem, sondern auch die Zielsetzung. Die hat ja noch nicht mal was mit einer grünen Umweltpolitik zu tun. Wenn wir dieses Heizungsgesetz, das ist ja jetzt final beschlossen, so umgesetzt haben. Also das ist ja das Traurige. Man tritt auf der Stelle, das wäre genauso, als wenn du jeden Tag Schokolade in dich reinfrisst, um abzunehmen. Wo jeder weiß, Moment, die Strategie ist die falsche. Aber du machst es richtig effizient. Du machst die Schokolade langsam auf, isst das Ganze genüsslich. Also das heißt, hier ist es eben ganz wichtig, dass man Effizienz und vor allen Dingen Effektivität, das richtige Ziel nämlich zu haben, nicht verwechseln sollte. Und hier kommt jetzt der Oberhammer. Ich habe es dir versprochen und zwar, aber das ist nicht alles. Inzwischen ist auch klar, dass die angemietenden Flächen zu klein für den Aktenbestand sind. Denn die Staatsanwaltschaft hat 9000 Aktenmeter. Platz ist allerdings nur für 6700 Meter. Deshalb werden zunächst nicht alle Abteilungen dort einziehen können. Herzlichen Glückwunsch! Zwei Punkte, die ich hier wirklich noch als Todesstoß für diese peinlichste Aktion nochmal geben will. Erstens kann man nicht vorher sich irgendwie nur ansatzweise mal Gedanken machen, wenn man solche Aktionen hier fährt. Zweitens, wenn nicht alle in dieses Gebäude ziehen, dann müssen auch die alten Räume doch noch immer noch gemietet werden. Das heißt, diese Teile von dieser Miete, wenn nicht sogar die Gesamtmiete, weil man es eben nicht gesamt sozusagen hier nur Teile mieten darf, werden weiterhin verprasst. Also hier sehen wir mal einen der größten Skandale mal wieder. Deswegen teile dieses Video, damit die Grünen nicht mehr an die Macht kommen. Wir dürfen es nicht mehr zulassen. Es tut mir furchtbar leid. Sie hatten viele Chancen und ich bin der Letzte, der nicht auch nochmal eine letzte Chance gibt. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, hatten die Grünen schon genug Möglichkeiten zu zeigen, dass sie es drauf haben? Meiner Meinung nach, ja, haben sie es genutzt? Schreibt mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare.